Die Bedeutung der Themen Akustik und Vibration nimmt aufgrund zunehmender gesetzlicher Vorschriften weiter zu. Vulkan präsentiert sich auf der Messe als leistungsfähiger Anbieter für Lösungen in diesen Bereichen. Das heißt, das komplette Paket von Driveline, Vibrations und Akustik hat Vulkan im Portfolio und bietet dort nicht nur Produkte, sondern auch abgestimmte Konzepte und Lösungen, um diese Anforderungen abzudämmen. Unsere Produkte finden sich an den entscheidenden Stellen des Antriebsstranges einer schiffstechnischen Anlage wieder. Das ist zum einen entlang der Antriebsanlage im Drivetrain, wenn ich von Motor zum Getriebe bis hin zur Propellerwelle gehe, wo ich unsere Kupplungssysteme eingesetzt habe. Der andere Pfad ist die Übertragung von der Maschine in die Schiffstruktur. Dort finden unsere Mounts ihren Einsatz. Beide Produkte bringen von Hause aus, es ist systemimmanent, dass sie ein körperschalldämmendes Verhalten haben. Das ist unsere Aufgabe und unser Ziel, dies in Zukunft weiter zu verifizieren, damit wir die Berechnungsmethoden für die Kunden weiter ausbauen können und wir so in den Designprozess mit den Kunden früher einsteigen können und diese zusätzliche Beratungsleistung anbieten können. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist unsere Aufgabe. Hier am Stand haben wir unsere VULCAD-NF, das ist unsere neueste Kupplung aus dem SAE-Bereich, die wir auf der Messe jetzt zum ersten Mal vorstellen. Die VULCAD-NF, so wie sie hier steht, ist die kürzestbauende und leichteste Kupplung, die es momentan in diesem Drehmomentbereich gibt. Natürlich konnten wir auch die technischen Eigenschaften der Kupplung deutlich verbessern, im Vergleich zum Vorgangermodell und im Vergleich zu gängigen Modellen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Sei es die Drehzahl, sei es maximale Drehmomente, sei es die Verlustleistung, all das konnten wir deutlich verbessern. Drehzahl, VULCAD-NF, Drehzahl, VULCAD-NF, Bis zum nächsten Mal.